Wie du von einem vollen Bart zu einem Bart mit einem natürlichen Übergang gelangst. Als erstes nimmst du einen Barttrimmer, setzt den Aufsatzraum und stellst diesen auf 2 mm. Dann startest du auf Höhe der Ohrmuschel und trimmst von unten nach oben. Dann stellst du den Barttrimmer auf 4 mm, startest ungefähr auf Höhe des Ohrläppchens und trimmst wieder von unten nach oben. Dann wird der Barttrimmer auf 6 mm eingestellt und du startest jetzt ungefähr 2 cm unterhalb des Ohrläppchens und trimmst wieder von unten nach oben. Dann bleibt der Barttrimmer auf 6 mm stehen und du gleichst einfach den Bart etwas an, indem du oben nach unten trimmst, andersherum. Und dann erhältst du wirklich einen schönen natürlichen Übergang.